Hallo meine lieben Digi-Ritter, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Event-Video zu Digimon Masters Online, heute mit dem, ja, Update vom 18.04.2023, denn hier haben wir keine extra Bezeichnung für dieses Event dabei, deswegen nenne ich es jetzt mal persönlich, wir haben vier neue Digimon zu NADEMO dazubekommen Event, denn genau das ist in dem Fall geschehen. Vier neue Digimon sind dazugekommen, gut, sind natürlich dieselben wie letzte Woche auf Cardi-Maschinen, also da jetzt in dem Sinne nichts Neues, aber der Vollständigkeit handelbar, gehen wir das nochmal durch und damit ihr auch da dementsprechend nochmal die Übersicht habt. Angefangen mit dem neuen Argomon Bond of Bravery, was ins Spiel reingekommen ist, also der Argomon-Variante aus dem Last Evolution Kizuna Film, welcher hier ins Spiel dann reingekommen ist als Teil der Argomon Classic Line, also nicht der Argomon Starter Line, die man bekommt, wenn man sich dafür entscheiden sollte am Anfang des Spiels. Sondern der Argomon Classic Line, die man entweder durch In-Game Farmen bekommen kann oder das Ei durch Events oder separat im Cash Shop erwerben kann und, ja, dementsprechend ist das hier Teil der Argomon Classic Line mit Argomon als Rookie, Champion-Level ist Greymon, Metal-Greymon ist das Ultra-Level, Mega-Level ist War-Greymon und davon dann digitiert man zum Burst-Mode Argomon Bond of Bravery, falls man das Digimon natürlich haben sollte, ist ja klar, man kann ja nicht dazu digitieren, wenn man das nicht hat. So, das Ganze sieht dann dementsprechend so aus, dass der Evolution Slot für Argomon Bond of Bravery sich hier neben Victory Greymon befindet und zum Digitieren, wie man hier sehen kann, braucht man 10 Accelerator. Um den Evolution Slot freizuschalten, braucht man das sogenannte Last Evolution Bravery Item, dieses ist Data Summon Ticket exklusiv, das heißt aus dem Data Summon Ticket Legend System muss man das entweder mit 0,5% Chance, also viel Glück rausziehen oder spätestens bekommt man das, wenn man die garantierte Pity, also diesen Balken dann voll machen würde. Und das Digimon hat auch, wie man hier sehen kann, einen Ride-Mode und dieser heißt in dem Fall Brave Seed, aber zu dem kommen wir dann auch noch, wenn wir uns die Cash-Shop-Sachen dann später anschauen. Ja, soviel auf jeden Fall zu der Übersicht ingame schonmal. Dann haben wir bei dem Digimon, wie auch auf K-Demo, Rang Triple S Plus, also dementsprechend offensichtlich, dass es im Data Summon Ticket Legend System dann landet, so wie alle auf diesem Rang. Dann haben wir Evolution Level 75, Attribut ist natürlich genauso wie auf K-Demo Vaccine und Feuer als Element. Und wir haben zwei Family Attributes, Virus Buster und Nature Spirits. Und zu seinen Grundstats, genauso wie auf K-Demo haben wir einen Grund-HP-Wert von 13.710, also wie immer das sind die Werte bei 100% Größe und Level 1. Digisol von 5.230, Defense 455 und AT von 4.285. Die Übersicht darüber, wie denn seine kompletten Stats aussehen, habe ich euch schon in dem K-Demo-Video gegeben, kann ich aber gerne auch nochmal hier geben. Da muss ich dann einfach nur nochmal meine Übersicht aufrufen. Das Ganze reinpacken und dann so verschieben, dass ihr die Argumon Stats in Sicht bekommt. So, also das Ganze wirkt sich dann so aus, dass seine maximale HP-Wert bei 140% und Level 130 dann bei 20.424 liegt. Also maximaler in dem Sinne, was man durch Größe und durch Level erreichen kann. Klar, natürlich durch Klonen und alles, was vom Tamer selber kommt, also Accessories, Seals und so. Das sind natürlich Werte, die ja noch oben drauf kommen. Aber so die grundsätzlichen Werte sehen dann dementsprechend so aus, 20.424 HP. Digisol-Wert wirkt sich dann maximal aus, dass er 6.332 auf 140% Größe und Level 130 haben kann. Der AT-Wert geht maximal hoch bis 6.151. Attack-Speed-Wert liegt bei 2,0. Ist also damit vom Attack-Speed her das beste SSS Plus, was es im Spiel gibt. Dann der CT-Wert geht maximal hoch auf 26,83%. Hitch-Rate haben wir 490. Defense geht maximal hoch auf 674. Block wählen wir natürlich 0%. Und EV-Wert liegt bei 38,6%. Damit ihr auch hier nochmal die Übersicht darüber habt, wie denn seine Stats dann ungefähr aussehen. Beziehungsweise in dem Fall nicht ungefähr, sondern das sind in dem Fall seine Werte, die er haben wird. So, und zu seinen Skills, die 3 Skills sind wir ja auch im KDMO-Video schon durchgegangen. Einmal die F1, Red Reamer. F2, Strisslash, Salamander. Die F3, Gaia Brave. Und der spezielle F4-Skill, Argumons Courage. Das in dem Sinne der allererste Digimon-eigene Skill ist, der gar keinen Damage macht, sondern, wie auch auf KDMO, einen Party-Buff gibt. Und zwar ein 10% Skill-Damage-Buff für 5 Minuten. Was auf jeden Fall ihn zu einem sehr interessanten Support-Digimon auf jeden Fall machen wird. Zusätzlich zu seiner Stärke. Also, klar, das Digimon ist trotzdem ein sehr, sehr starkes Digimon. Aber mit diesem extra F4-Bonus ist er auch in der Lage, das Team, in dem er drin ist, auf diese einzigartige Art und Weise dann zu supporten. Was ihm auf jeden Fall dann nochmal wie so eine Semi-Support-Rolle auf jeden Fall gibt. Obwohl er natürlich auch für ordentlichen Damage sorgen kann. Vor allem auch, weil er ein Burst-Mode SSS Plus ist. Das heißt, er kann vom Extreme Evolution Buff profitieren. Und er kann die besten Memory Skills im Spiel verwenden. Also die Memory Skills High und Highest sogar kann er dann dementsprechend verwenden. Und da dann auch nochmal ganz stark davon profitieren. Zu Sachen wie Advanced Skill-Breaking und sowas kann man noch keine vernünftige Aussage treffen. Weil erstmal das Zweifach-Stat-Event enden muss. Denn verdoppelte Stats sorgen immer dafür, dass Advanced Skill-Breaking nicht richtig dargestellt wird. Beziehungsweise verändert dargestellt wird. Also man muss dann abwarten. Im Zweifel, falls man wissen möchte, genau wie stark sein Advanced Skill-Breaking ist. Bis das Verdoppelungs-Stat-Event dann vorüber ist. So, genau. Um seinen Evolution-Slot zu aktivieren, das haben wir ja schon gesagt, brauchen wir Last Evolution Bravery Item. Und dann für den Ride-Mode brauchen wir dann den Brave Seed. Dieser ist im Cash-Shop dann erhältlich. So, dann haben wir noch aber weitere Digimon, die reingekommen sind. Und zwar Deadly Axmon als Teil, als einer der beiden Teile für die Dark Knight Monjogras, welche auch mit gleichzeitig ins Spiel reingekommen ist. Und ja, wie auf Kadimo auch, haben wir bei Deadly Axmon nur eine Champion-Level. Das heißt, es ist in dem Sinne auch ein neues Digi-Eye. Aber wenn man es hatcht, hat man als Grundstufe nur ein Champion-Level, kein Mega-Level oder sonst irgendwas. Und zusätzlich zum Champion-Level nur dann die Jogras zu Dark Knight Mon. Zu seinen restlichen Sachen, also einen Rang hat er als Champion-Level natürlich offensichtlich nicht, weil da müsste ja schon ein wirklich absurd starkes Champion-Level-Digimon sein, dass er einen Rang bekommen würde. Normalerweise bekommen die Digimon erst ab dem Mega-Level einen Rang. Und mit Ausnahme natürlich sowas wie Omega-Shoutmon, weil Omega-Shoutmon auf dem Rang Doppel-S dann dementsprechend ist. Ähm, genau. Zu seinen grundsätzlichen anderen Sachen. Wir haben Attribut Virus und Element ist Stahl. Family Attribute ist Nightmare Soldiers. Und zu seinen grundsätzlichen Stats gibt es nur zu sagen HP 730, Digi-Soul 310, Defense 24 und AT 278. Also jetzt nichts wirklich Spannendes. Dementsprechend muss man auch immer im Hinterkopf behalten, es ist trotzdem nur ein Champion-Level-Digimon. Dementsprechend darf man hier jetzt keine irgendwie absurd krassen Stats dann dementsprechend erwarten. Und wir haben zwei Skills. Einmal Aqua Rage mit 822 Grund-Damage und Air Slicer mit 1871 Grund-Damage. Das Digi-Eye zu Deadly-Axmon kann, ähm, bekommen werden, indem man Reinforced Mercenary Digi-Eck Deadly-Axmon, ähm, scannt. Und dieses, ähm, wird im Cash-Shop dann erworben. Oder als Teil des Hedge-Package, welches auch eben separat im Shop für diesen Zeitraum des Events dann verfügbar ist. Aber das Digi-Eye zu Deadly-Axmon ist jetzt permanent dann verfügbar. Und im Zuge dessen wurde auch dann dazu dann noch Skull-Nightmon ins Spiel reingebracht. Ebenfalls wie Deadly-Axmon ein neues Digi-Eye mit einem, mit einer Champion-Grundstufe und zwar in dem Fall Skull-Nightmon. Genauso wie bei Deadly-Axmon haben wir auch dann keinen Rang. Attribut ist Virus, Element ist in dem Fall aber Darkness. Dann haben wir Family Attribute Nightmare Soldiers und zu seinen Stats haben wir 840 AP, Digi-Soul 280, Defense 30 und AT von 173. Das Ganze wird natürlich durch Level und, äh, durch die Größe dann natürlich noch gesteigert. Aber auch hier, Champion-Level-Digimon darf man keine Wunder erwarten. Beide haben einen, ja, trotzdem einigermaßen soliden Attack-Speed, aber da kommen wir dann in den separaten Videos ja noch dann dazu, wie die denn dann beide aussehen, was die Stats dann trotzdem betrifft. Und dann haben wir auch hier zwei Skills, einmal Spear-Needle und Breast-Eye-Wink. Spear-Needle hat, also die F1 hat einen Damage-Wert von 617 und die F2 einen von 2339 auf der Grundstufe. Genauso wie bei Deadly-Axmon haben wir auch hier ein neues Digi-Eye, Level 3 bis 5er Skull-Nightmon kann bekommen werden, indem man das Reinforced-Masonry-Digix-Kull-Nightmon aus dem Cash-Shopper-Wert und dann scannt, um zu schauen, welche Stufe man da rausbekommt. Und ja, mehr gibt es da dann im Moment noch nicht dazu zu sagen. Und dann haben wir noch die Joggress von beiden, und zwar Dark-Nightmon ist ins Spiel reingekommen. Wie man hier dann sehen kann, dementsprechend Joggress von den beiden Champion-Level-Digimon. Und dementsprechend ist es dann hier im Spiel nur ein Rang-NS-Plus-Digimon. Also das natürlich dazu gesagt, der Evolution-Level ist 65. Dann haben wir Attribute Virus und Element Darkness. Nightmare Soldiers ist das Family Attribute. Und zu seinen grundlegenden Stats haben wir einen HP-Wert von 4970, Digi-Soul 1800, Defense 167 und einen AT-Wert von 1852. Und dann haben wir noch zwei Skills. Shoulder Blade mit, also die F1 mit 5693 Damage und die F2 Twin Spear, 10846. Wie denn seine restlichen Stats und sowas aussehen werden, das zeige ich dann natürlich im separaten Video zu ihm. Denn ich habe natürlich schon mir beide Digimon geholt, plus natürlich die Joggress. Und wenn man beide Digimon haben sollte, also beide Digi-Eier geholt hat, kann man Dark-Nightmon einfach freischalten, indem man jeweils auf dem jeweiligen Digimon dann acht Evolutor verwendet, um den Slot freizuschalten. Und um zu Dark-Nightmon zu digitieren, braucht man zwei Digi-Cross-Chips pro Digitation. Also das muss man auch dann dementsprechend im Hinterkauf behalten. An Evolutor, wie die hier selber sagen, kann man durch den Cash-Shop rankommen, aber da gibt es auch in-game mehr als genug Möglichkeiten, um da auch so ranzukommen. Also da muss man dann, abgesehen von den beiden Digi-Eiern, im Prinzip nichts weiter ansonsten holen, um ihn nutzen zu können. Dann ist auch die neue Arena-Season gestartet als weiteres Update hier. Und ja, alte Season ist geendet. Season 21 ist gestartet. Alle alten Battle-Punkte wurden gelöscht. Und das neue Grundattribut im Spiel, also in der Arena, was man jetzt dann für die nächste Season hat, ist sowohl in Colo Normal als auch in Colo Hero dann jetzt nicht mehr Datei, wie es in der letzten Season war, sondern in der neuen Season ist es dann Vaccine. Ist ein bisschen gemischt in dieser Season, also da gibt es auch natürlich andere Digimon, die da zwischendrin reingepackt wurden. Aber das grundsätzliche Attribut von den Gegnern ist in dem Fall Vaccine in dieser Season. Und wie man jetzt dann dementsprechend sehen konnte, leider ist immer noch nicht das neue Trade-System zu uns gekommen. Warum auch immer. Finde ich persönlich sehr, sehr schade. Ich kenne viele Leute, die da genauso wie ich da schon drauf warten, dass das endlich dann zu uns kommt. Aber so wie es aussieht, werden wir mindestens zwei weitere Wochen jetzt dann nochmal warten müssen, bis das dann frühestens dann, weil es ja heute nicht reingekommen ist, dann zu uns dann kommen kann. Mal schauen, wann wir es bekommen werden. Naja gut, dann schauen wir mal, was hier denn sonst noch mit dabei ist. Und zwar haben wir jetzt natürlich zu den ganzen neuen Digimon noch die Doppel-Stat-Events. Das heißt, für die nächsten vier Wochen haben die vier Digimon, also angefangen hier mit Agumon Bond of Bravery, dann verdoppelte Grundstats. Also in dem Fall HP, Digi-Soul, Defense und AT sind für den Zeitraum dieses Events dann natürlich auch um, das machen die ja jedes Mal, wenn neues Cash-Digimon reinkommt, um den Kauf natürlich anzuregen. Ähm, ja, die Grundwerte dann dementsprechend verdoppelt und auch dann dementsprechend die Skill-Damage-Werte. Die restlichen Werte, die hier nicht aufgelistet sind, also sowas wie CT, Hit-Trade und sowas, diese sind nicht verdoppelt. Also das muss man immer dazu sagen, sondern nur die, die hier aufgelistet sind, sind für diesen Zeitraum verdoppelt. Und falls man einen Agumon Bond of Bravery haben sollte, kann man zum NPC Agumon Bond of Bravery im DAT-Center dann gehen und dort eine Sub-Quest annehmen, Our Bond. Und, ja, da muss man nur nochmal mit dem NPC reden, um das Ganze abzuschließen. Dann bekommt man ein Achievement Bond of Bravery. Wenn man das ausrüsten sollte, gibt das dann einem Fire-Attribute-Skill-Damage, ähm, für 10% Bonus. Und Digimon-Max-Hit-Trade plus 300. Also klar, natürlich, wie ich auch im KDMO-Video gesagt habe, rein für die Utility gibt es natürlich deutlich bessere Skills, beziehungsweise Achievements im Spiel. Aber, wenn man noch keins dieser haben sollte, ist das auf jeden Fall ein solider für den Anfang. Und, natürlich, wenn man Agumon Bond of Bravery haben sollte, sollte man diesen Titel dann natürlich auch für die Sammlung dann abholen. Und die restlichen drei haben natürlich auch für dieses Event ihre Grundsätze verdoppelt bekommen. Also Dark Knight heißt dann deren, ähm, Verdoppelungsevent. Das heißt, da auch die grundsätzlichen Werte sind für den Zeitraum dieses Events dann verdoppelt. Und ebenfalls die Skill-Damage-Werte. Also dann auch in den Showcase-Videos, wo ich dann die jeweils dann zeigen werde, immer drauf achten, beziehungsweise bedenken, dass die Werte, die in dem Video jetzt gezeigt werden, natürlich noch diese sind, die verdoppelt sind. Weil die jetzt natürlich in diesem Event-Zeitraum dann geshowcased werden von mir. Und dann haben wir das erste, in dem Sinne, richtige Event dann, was dann normal gemacht werden kann. Und zwar haben wir hier Event Nummer 3, Bond of Bravery, Last Evolution. Das ist das Summon-Card-Event, der jetzt auch auf Card-Demode reingekommen ist. Das heißt, da haben wir dann den NPC, Bond of Bravery, Argumon im DRT-Center. Dort bekommen wir dann eine Deli-Quest, Bond of Bravery, Last Evolution. Da bekommt man einen sogenannten Voucher of Bravery, wenn man diese Quest angenommen hat. Mit diesem Voucher of Bravery geht man dann in den Digital-Underground-Summon-Square, beschwört dort ein Last Evolution, Argumon, Bond of Bravery. Also das, was man hier auch jetzt durch das Summon-System als SSS Plus dann bekommen kann, falls man sich da, wie gesagt, versuchen möchte. Und ja, da bekommt man dann zumindest schon mal einen Animationsüberblick und einen Modellüberblick. Ist aber natürlich jetzt nicht so stark, wie man das dann selber dann haben würde, sondern das ist natürlich für jeden machbar, also besiegbar. Wenn man das dann besiegt hat, kommt man dann raus, gibt die Quest dann wieder ab und bekommt ein sogenanntes Voucher of Bond, wenn man diese Quest abschließt. Und dieses Voucher of Bond ist in dem Fall eine Box, aus der man dann random ein Item aus dieser Liste bekommt. Also entweder bekommt man 20 Sweet Gold Bananas, 3 Random Boxen plus 50%, 5 Mid-Class Starter Boxen, 3 Fruit of the Goddess oder 4 Backup Discs. Also jetzt natürlich jetzt nicht die ewig krassesten Belohnungen, aber dafür, dass man das dann für quasi keinen Aufwand, also keinen großen Aufwand bekommt, ist das auf jeden Fall in Ordnung. Plus ist das natürlich optional, weil man das natürlich nicht für das EP-System dementsprechend benötigt. Dann haben wir Event Nr. 4, Arena Challenge, das ist auch dasselbe Event wie auf K-Demo, das heißt, da gibt es dann den NPC Arena Helper Taichi im DAT-Center, dort bekommt man dann eine Daily Quest Arena Challenge. Für diese Arena Challenge, äh, Daily Quest, muss man dann sogenannte 5 Challenge Certificates bekommen, indem man Arena macht, also das, was man auch als Kolo normalerweise kennt. Und, genau, da ist es vollkommen egal, ob man dann Kolo normal macht oder Kolo hero macht. Solange man dort dann Gegner anhittet, werden diese Certificate Challenge, also Challenge Certificates dann gedroppt. Und, ja, davon muss man dann nur 5 Stück zusammensammeln und diese Queste dann abgeben. Dann bekommt man 15 EP für das EP-Crafting-System. Aber im aktuellen Event ist das, ähm, definitiv eine Sache, die im Prinzip optional ist, also muss nicht gemacht werden, ähm, weil es in dem, in diesem Event keine Seals zu holen gibt, sondern nur, äh, Option-Changetons, Number-Changetons und natürlich die ganzen restlichen normalen Belohnungen, die man auch normalerweise im EP-System, ähm, bekommen kann. Ja, das heißt, wenn man, äh, kein Kolo machen möchte, kann man das dann dafür dann definitiv skippen. Dann haben wir noch Event Nummer 5 mit dabei, Find Communication Parts. Da haben wir dann den NPC Scientist Izzy im DAT-Center. Dort bekommt man dann eine Deliquette Stolen Communication Parts. Dafür muss man dann 20 sogenannte Communication Parts zusammensammeln, indem man böse Digimon in Pfeil Island Waterfront besiegt. Da ist es vollkommen egal, welche man dort besiegt. Alle dort droppen diese Communication Parts oder beziehungsweise können diese Communication Parts droppen. Das heißt, da kann man sich dann super auf die Karte verteilen, wenn man diese Daily Quests dann macht. Das heißt, dann hat man nicht unbedingt nur einen Gegner, den man besiegen muss dafür, einen speziellen. Aber gut, wenn man das Ganze dann erledigt hat, bekommt man, wenn man diese Quests dann abgibt, 20 EP und das sogenannte Red Parts. Oder beziehungsweise Red Parts in dem Fall. Und dann haben wir noch Event Nummer 6, Day of Earth. Da haben wir dann den NPC Day of Earth Hikari im DAT-Center, also Kari. Diese gibt uns dann eine Daily Quest, Save the Earth. Dafür muss man dann 30 Reappearing Marine Devimon besiegen. Diese sind an verschiedenen Spots in Silver Lake verteilt. Das heißt, man muss auf die Map Silver Lake gehen. Hat dort dann verschiedene Spots, wo man diese dann farmen kann. Und diese spawnen auch relativ zügig nach. Also das sollte eine Quest sein, die super easy zu erledigen ist. Dann bekommt man dann 15 EPs für das EP Crafting System und ein sogenanntes Blue Parts. Diese Blue und Red Parts sind die, die man dann auch benötigt, um sich dann speziellere Sachen zu craften. Und natürlich auch dann Option Chain Stones und Number Chain Stones. Dann haben wir noch Event Nummer 7 mit dabei. Follow the Law heißt das. Da haben wir dann den NPC Follow the Law Joey im DAT-Center. Dort gibt es dann eine Daily Quest Outlaw Reappears. Dann bekommt man eine sogenannte Communication Machine, wenn man diese Quest annimmt. Mit dieser Communication Machine muss man dann in den Determinal Underground Summon Square gehen. Dort dann ein Outlaw Venom Myotismon besiegen. Dieses dann natürlich, ja, besiegen und dann rausgehen. Und dann, wenn man diese Quest abgegeben hat, bekommt man dann weitere 10 EPs für das EP Crafting System. Und genauso wie auf Cardemo haben wir auch Event Nummer 8 reinbekommen. To the Adventure Dungeons. Das heißt, da sind die ganzen Adventure Dungeons hier dann aufgelistet. Also Tokyo Tower Observatory, sowohl im Easy und Normal Mode. Fuji TV, Easy und Normal Mode. Venomous Vortex, Easy und Normal Mode. Rainbow Bridge und Nanomo Maze in Normal und Hard Mode. Da bekommt man dann während dieses Events, also bis zum 2.5. Dann, wenn man dort hingeht und Tickets abholt. Also die Dungeon Tickets bekommt man die doppelte Menge. Das heißt, das ist auf jeden Fall ganz gut, um seine Ticketvorräte aufzufüllen. Beziehungsweise dann auch diese Dungeons dann zu machen, wenn man das machen möchte. Ansonsten ist es auf jeden Fall super fürs Ticket ansammeln. Und dann haben wir auch noch, dazu gehöre ich dann Event Nr. 9 mit dabei. Defeat the Weakened Boss. Das heißt, in den Dungeons Tokyo Tower Observatory, Fuji TV Rooftop und Venomous Vortex sind die Grundstats der Bosse, die da drin sind, also von Skalmeramon, Myotismon und Venom Myotismon, für den Zeitraum des Events halbiert. Das heißt, diese sind in dem Fall genervt worden, haben nur die Hälfte der HP, Hälfte der Defense und Hälfte vom AT-Wert. Allerdings, die Skill-Damage-Werte sind meiner Meinung nach nicht halbiert worden. Obwohl das hier eigentlich mit Abilities normalerweise dazugehören sollte. Aber hauptsächlich sind hier die Grundwerte HP, Defense und AT dementsprechend halbiert. Das heißt, wenn man diese entweder für die Quest machen möchte, also Myotismon und Venomysmon, damit man mit dem Main-Quest voranschreiten kann, ist das auf jeden Fall jetzt der beste Zeitpunkt dafür. Oder wenn man diese Dungeons farmen möchte, für die True-Device-Materialien, ist das auch jetzt der beste Zeitpunkt dafür, während dieser zwei Wochen das Ganze dann dementsprechend mitzunehmen. Und dazu natürlich dann diese Tickets dann auch abzuholen. So, dann haben wir ein Event Nr. 10 mit dabei, das ist das EP-Exchange-Event. Da sind dann jetzt, wie auf Kadimo auch, dann Option-Changetones und Number-Changetones mit dabei, wo man jeweils dann fünf Stück für 60 EP jeweils, plus dann entweder die Blue-Parts für die Option-Changetones oder die Red-Parts, sieben Stück für Number-Changetones dann benötigt. Das heißt, während dieses Event-Zeitraums bis zum 2.5. kann man dann zweimal Option-Changetones maximal abholen und zweimal Number-Changetones. Das heißt, das sollte man dann dementsprechend da primär mitnehmen. Aber solange man dann nicht die Blue-Parts und Red-Parts für irgendwas anderes benötigt, kann man mit den EPs, die man dazwischen bekommt, also man braucht nur nach sieben Tagen 120 EPs, mit dem Rest kann man sich dann andere Sachen holen. Das heißt, auf jeden Fall ist es ganz super, um zum Beispiel mit Fruits sich aufzustocken oder irgendwelche anderen Belohnungen abzuholen, die man davon dann haben möchte. Oder eben bestimmte Deli-Quests, abgesehen von der, wo man das Blue- und Red-Parts bekommt, dann skippen, wenn man nur auf Option-Changetones und Number-Changetones dann aus ist. Und dann haben wir noch Event Nr. 11 mit dabei, Warm Support vom DATS-Center. Da gibt es dann jetzt für drei Stunden eine Rare-Coin, zwei Random Mid-Class-Starter-Boxen und ein Random Hedge-Backup Level 4 bis 5. Und Samstag und Sonntag für vier Stunden gibt es dann drei Flutes of Yggdrasil, einen Amplification-Booster plus 1000% für eine Stunde, sollte man auf jeden Fall dann mitnehmen, und ein Rare-Monter-Geek Level 4 bis 5. Das war es dann auf jeden Fall von den Events und neuen Updates, die reingekommen sind. Jetzt schauen wir uns natürlich noch die Cash-Shop-Sachen an, angefangen mit dem Data-Summon-Ticket-Legend-System, denn da sind jetzt in dem Fall dann Time-Destroyer, also Cross-Data-Time, die verfügbaren Sachen plus natürlich Last Evolution Bravery. Das heißt, in diesem Event-Zeitraum sind im Summon-System Seed Millennium-Mon und das neue Argo-Mon Bond of Bravery. Plus, was aber allerdings keine separate Pity hat, ist das Sealed Zero-Unit-Earring. Dieses ist natürlich wie die beiden anderen auch mit 0,5% Chance rausziehbar, aber hat keine separate Pity im Gegensatz zu den beiden. Und bei Seed Millennium-Mon ist es wie immer natürlich so, 130er Pity bei dem tradebaren Pull, also bei dem Cross-Data-Time, was man, wenn man das am Ende, wenn der Balken voll ist, dann ziehen sollte, also beziehungsweise garantiert es dann bekommt natürlich, kann man das dann auch traden, falls man das nicht haben möchte. Und bei Argo-Mon Bond of Bravery, selbes Spiel, nur halt in dem Fall mit einer 100er Pity für das tradebare Item. Und bei den charaktergebundenen Summons, also bei denen, die günstiger sind, aber man dafür dann das Item am Ende nicht traden kann, haben wir dann bei Seed Millennium-Mon-W eine garantierte Pity von 100 und bei Argo-Mon Bond of Bravery eine von 70. Und zum Sealed Zero-Unit-Earring sind auch hier wieder die Stats aufgelistet. Also grundsätzlich ist es ein 5-Stat-Earring, der immer maximale Werte bekommt, wenn man da die Optionen rollt und, also maximal in dem Fall, dass sie immer den höchsten Wert haben. Also wenn man das auf 200% packt, muss man nicht noch mit Number Change Stones arbeiten, sondern einfach nur die Optionen rerollen. Und von der Stärke her ist es in dem Sinne ein Radiant Earring Level 3, also von den Stats vergleichbar, nur halt mit einer weiteren Option. Und man kann zwei, äh, man kann keine zwei Hit-Trade drauf bekommen. Also das muss man in dem Fall auch noch beachten. So, und dann ist auch noch in das Data-Summon-System das OT-Summon reingekommen. Das heißt, da gibt es dann für spätestens eine garantierte Reward-Gouge von 150, dann ein garantiertes OT-Digivice. Man kann es aber auch natürlich mit 0,5% Chance auch vorher schon ziehen. Und die restlichen Sachen sind aber in dem Fall dann im Shop ersichtlich. Deswegen schauen wir uns die dann da dementsprechend an. Und zwar angefangen natürlich wie immer mit den Packages. Da ist aber in dem Fall nur ein neues, plus die Event-Package, also die Tame Exchange-Package reingekommen. Und zwar das Dark Knightmon Holy Descent Package für 249 Crown, beziehungsweise 19,90 Dollar auf der Steam-Variante. Bekommt man hier dann beide Digi-Eier von den neuen Digimon, Deadly Axmon und Skull Knightmon in Level 4 bis 5. Dann auch noch vier Hedgepack-Up Level 5er. Ein Reinforced-Digi-Klon-Package. Plus dann auch noch zehn mit Devil-Class-Datas. Dann 40 Devil-Low-Class-Datas. Zehn Beast-Mid-Class-Datas. Und 40 Beast-Low-Class-Datas. Und in dem Fall ist es so, wie ich es auch predicted hatte, die Beast-Low-Class-Datas und Mid-Class-Datas sind für Deadly Axmon. Dieser benötigt Beast-Datas. Und bei Skull Knightmon, dieser benötigt Devil-Datas. Dann haben wir auch noch die drei Tame Exchange-Packages reingekommen. Diese sind wie immer, abgesehen vom Tamemon und dem Partner Digimon, gleich. Das heißt für 149 Crown, beziehungsweise 11,90 Dollar, gibt es dann hier einerseits das Ryo-Tame Exchange-Package, das Henry-Tame Exchange-Package und das Joey-Tame Exchange-Package. Diese unterscheiden sich, wie gesagt, im Tame Exchange-Item. Das heißt, hier haben wir Ryo als Thema, den man da rausbekommt, und das Monodrammon-Digi-Level 4 bis 5. Der Rest ist in dem Fall, wie immer, bei den Tame Exchange-Packages gleich. Und ja, auch bei den anderen so. Bei Joey haben wir dann das Joey-Tame Exchange-Item und ein Gomamon-Level 4 bis 5 mit dabei. Und bei Henry gibt es dann das Tame Exchange-Henry-Item und ein Terriamon-Level 4 bis 5. Und das war's von den Packages, die reingekommen sind. Jetzt haben wir natürlich dann noch die beiden neuen Digi-Eier separat. Einerseits Skull-Nightmon und einmal Deadly-Axmon. Diese sind wie immer 70 Crown, beziehungsweise 5,60 Dollar dann auf der Steam-Variante. Und, was auch noch wichtig dazu zu erwähnen ist, die ersten 9 Digi-Eier seit Gisamon damals im Juni 2021 war das ja dann. Also circa 2 Jahre hat's jetzt gedauert, bis wir endlich mal neue Digi-Eier reinbekommen haben. Und in dem Fall sind das dann 2 auf einmal. Genau, dann haben wir noch das Agumon-Bond of Ravery Ride-Mode-Item, und zwar Brave Seed für 48 Crown, beziehungsweise 3,80 Dollar. Dieses ist dann unter der Digimon-Riding-Kategorie dann erhältlich. Dann gibt es auch wieder die Highest-Skill-Memory-Capsules in der Attack-, Defense- und Support-Variante, jeweils für 69 Crown, beziehungsweise 5,50 Dollar, wo man die Chance hat, auch die Highest-Memory-Skills rauszuziehen. Man kann aber auch die ganzen normalen, also Low- bis High-Memory-Skills rausziehen. Diese sind wahrscheinlich die, die man am meisten rauszieht. Aber man hat da auch, wie gesagt, diese Extra-Chance dann noch auf die Highest-Memory-Skills. Und das müsste es ansonsten gewesen sein, außer ich habe irgendwas übersehen. Aber das schauen wir uns jetzt dann auch nochmal in der Notiz einmal an. Und zwar, genau, die Deadly-Axmon-Skall-Lightmon-DGX sind wir durchgegangen, das Package sind wir durchgegangen. Ach ja, genau, dann gibt es noch die GameKing-exklusiven Sales auf bestimmte Digi-Eier. Und zwar an bestimmten Tagen gibt es dann ja, 5er Digi-Eier, die man sich dort dann zu einem reduzierten Preis abholen kann. Also statt 198 Crown, 158 Crown, dann gibt es am ersten Tag ein Argomont-DG-Eier-Level 5, was man sich kaufen kann, wenn man möchte, falls das einem noch fehlen sollte. Dann am zweiten Tag Argomont-DG-Eier-Level 5. Am dritten Tag Ryuda-Mont-DG-Eier-Level 5. Raptor-Dramont-DG-Eier-Level 5. Am vierten Tag. Am fünften Tag gibt es dann Lucemon-DG-Eier-Level 5. Und dann Garzymon-DG-Level 5. Am sechsten Tag. Und am siebten Tag Argomont-Black-Millenium-Level 5. Die man sich dann dementsprechend da kaufen kann, falls da wie gesagt noch was fehlen sollte. Denn diese sind hier in dem Fall dann garantiert. Falls einem da noch was fehlen sollte, kann man die auf jeden Fall dann gut mitnehmen. Aber diese sind nur an den speziellen Tagen dann jeweils erhältlich. Also dann jetzt, also zum Beispiel heute kann man noch nicht an Garzymon-Millenium-On auf diese Art und Weise aus diesem Event dann rankommen. Und wie gesagt, dieser Sale ist GameKing-Exklusiv in der Sales-Kategorie. Das heißt, diese kann dann nicht für Steam-Varianten mitgenommen werden. Die Tame Exchange Packages sind wir durchgegangen. Dann die Highest Memory Skills sind wir durchgegangen. Und den Write-Mode sind wir durchgegangen. Und es gibt in dem Fall keine gesonderten Update und Bug-Fixes. Aber ja, das war es auf jeden Fall jetzt von diesem neuen Update und den neuen Events, die reingekommen sind. Wie man natürlich eure Meinung zu den ganzen Sachen in die Kommentare würde mich auf jeden Fall wieder brennend interessieren, was ihr davon haltet. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen haben sollte. Abonniere nicht vergessen, wenn ihr zum ersten Mal dabei seid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal dann wieder. Haut rein. Ciao, ciao. 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 Ciao.